Die süßen Aufgabedenken, normalerweise gibt es ja eine Art Modenschau, die Badenmode oder die Abendmode. In diesem Jahr haben wir gesagt, dann machen wir ein bisschen was anders und haben gesagt, wir haben das wunderbare CSD-Motto. Mein Leder, mein Fetisch, mein Schlipper. So in der Richtung, liebe Kandidaten, setzt dieses CSD-Motto doch bitte mal um und zeigt uns eure CSD-Mode 2018. Und hier sind sie, unsere Kandidatin, hier kommt Kandidatin Nummer 1, Sophie-Bichon-Senf. So in der Richtung, liebe Kandidatin Nummer 1, Sophie-Bichon-Senf. So in der Richtung, liebe Kandidatin Nummer 1, Sophie-Bichon-Senf. So, ein Projekt, kein Vertrauen. Besonders nicht begann, gibt es diese kleinen, in diesem Song-Senf-Bichon eine besondere Note. Franz Efra! Mein Leben, meine Identität, mein Körper oder auch andersrum, ihr Freund und Frank. Und das ist ein glattischer Aufsitz, auch nicht zu hoch, weil es ist in der Küche. Jawoll, da haben wir viele Gelegenheitsdaten auch zum CSD und auch beim vier Summersplash. Ich freue mich, genau. Mein Bezug, mein Schnaps, mein Albtraum. Gabi Kuppa! Die 20er Jahre beginnt die Wabendung Berlin, Wabendung Gabi. Hier nach vorne drehe ich mit einer Zeit zu einem Pauli, der steht in der Schildersphysik. Ah, gold ist die Farbe der Saison, meine Damen und Herren. Und jetzt machen wir alle noch einmal. Ja, jetzt kommen wir uns alle für unsere Zeit gleich hier nebeneinander auf die Bühne. Hier sind Sophie Dijon-Senz. Grüße, meine Damen und Herren. Danke für Sie. Grüße, Javi Kuppa! Grüße, Javi Kuppa! Grüße, Javi Kuppa! Das kann man jetzt ein bisschen mit Wörtern lassen. Ihr seht, also wirklich, ich würde sagen, die CSD-Mode ist dieses Mal wirklich Gold-Schwarz-Linan. Also, und dann ist so viel gekommen wie mit CS, das ist die Frage. Ansonsten müssen wir wirklich, was wir jetzt hier sind. Vielen Dank.